Der gigantische IceCube-Detektor im Südpolareis. Er bricht immer neue Rekorde. Jetzt hat er das erste Anti-Neutrino aus dem Universum entdeckt, das ein 60 Jahre altes Rätsel der Physik endlich lösen könnte. Und ein gigantisch geladenes Neutrino aus einer Gezeitenkatastrophe. Und der Detektor soll noch gigantischer werden. Clixoom Science & Future. Hier gibt es drei Mal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst er nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Am Schluss dieses Videos habe ich noch eine ziemlich coole Zoom-Konferenz. Für euch das Thema das Space Race 2.0, der Wettlauf ins Weltall. Und ihr könnt dabei sein und hier auf Clixoom exklusiv unter anderem mit ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher und der Astronautinnenkandidatin Insa Thiele Eich zusammentreffen. Anmelden könnt ihr euch hier unter dem i. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung und im angehefteten Kommentar. Der IceCube-Detektor in der Art Arktis, der ist wirklich ein gigantisches Observatorium. IceCube, das zur amerikanischen Amunds- und Scott-Forschungsstation am Südpol gehört, ist wohl eines der spannendsten Experimente weltweit. 5.160 Sensoren wurden dafür tief in den antarktischen Untergrund versenkt und zwar bis zu zweieinhalb Kilometer tief. Zusammen bilden sie ein riesiges dreidimensionales Detektorfeld. Seine Größe 1 x 1 x 1 Kilometer. 1 Kubikkilometer, das ist schon der absolute Wahnsinn. Hier soll die sogenannte Cherenienkow-Strahlung erforscht werden. Damit ist das Leuchten gemeint, dass durch die Kollision von Neutrinos mit den Wassermolekülen des Eis entsteht. Und das passiert nicht oft, schätzungsweise ein paar tausend Mal im Jahr. Doch wenn es passiert, dann richtig. Pro Sekunde prallen nämlich zwischen 60 und 100 Milliarden Neutrinos auf jeden Quadratzentimeter der Erde ein. Sie stammen von gigantischen Ereignissen im Weltall wie den Supernova-Explosionen oder Gammastrahlenausbrüchen. Und ihre unfassbare Beschleunigung kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Teilweise wurden tatsächlich Neutrinos mit einer Energie von 980 Teraelektronenvolt analysiert. Zum Vergleich, im LHC, dem Large Hadron Collider im Genfer Kernforschungszentrum CERN, sind Protonen mit Energien von 13 Teraelektronenvolt am Start. Und noch eine ziemlich krasse Randnotiz. Mittlerweile wurden mithilfe des Icecubes-Obsatomens auch schon Teilchen im Bereich von Petaelektronenvolt gemessen. Also mehr als 1000 Teraelektronenvolt. Neutrinos haben im Gegensatz zu anderen Teilchen eine ganz besondere Eigenschaft. Sie interagieren kaum oder nur sehr selten mit Materie. Daraus ergibt sich aber auch, dass sie nicht abgelenkt werden. Sie fliegen direkt von der Strahlungsquelle, geradeaus durchs All. Und deshalb kann man nur bei ihnen herausfinden, woher sie kommen und damit woher ihre unglaublichen Energien stammen. Allerdings dauert es immer eine ziemliche Zeit, bis die Daten analysiert sind. Und deshalb stammt diese Neuigkeit in diesem Video vom 1. Oktober 2019. Die Lichtsensoren des Icecube-Detektors am Südpol hatten ein Neutrino detektiert, das mit hoher Energie eingeflogen war. Dazu Anna Frankowiak, ehemalige Forscherin am deutschen Elektronen-Synchroton DESY. Das Teilchen war in das antarktische Eis mit einer bemerkenswerten Energie von mehr als 100 Teraelektronenvolt gerauscht. Zum Vergleich, das ist mindestens die 10-fache Teilchenenergie, die der größte Teilchenbeschleuniger der Erde erreichen kann, der Large Hadron Collider am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf. Und bei diesem Neutrino konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besonders genau identifizieren, woher das Neutrino stammte. So kamen die Fachleute auf die Spur eines gigantischen kosmischen Teilchenbeschleunigers. Ein Glücksfall. Das nun aufgespürte Neutrino, das 2019 detektiert wurde, konnte nach aufwändigen Analysen einem supermassereichen schwarzen Loch in einer fernen Galaxie zugewiesen werden. Die Fachleute schätzen die Masse des gigantischen schwarzen Lochs auf rund 30 Millionen Sonnenmassen. Sein Zuhause eine namenlose Galaxie im Sternbild Delfin. Der Stern war diesem Massemonster zu nahe gekommen und war dann durch seine enorme Schwerkraft zerstört worden. So hat das nun aufgespürte Neutrino also eine Reise von rund 700 Millionen Jahren hinter sich. Damals hatten sich gerade die ersten Tiere auf der Erde entwickelt. Den Ablauf dieser sogenannten Gezeitenkatastrophe beschreibt der Wissenschaftler Robert Stein vom deutschen Elektronen-Synchroton Desi folgendermaßen. Die Schwerkraft wird stärker und stärker, je näher man einem Objekt kommt. Das bedeutet auch, dass das schwarze Loch an der etwas näheren Vorderseite des Sterns stärker gezogen hat als an seiner etwas weiter entfernten Rückseite. Die Differenz, die den Stern gedehnt hat, heißt Gezeitenkraft. Und je näher der Stern dem schwarzen Loch kommt, desto extremer wird er in die Länge gezogen. Irgendwann reißt es den Stern auseinander, dann haben wir eine Gezeitenkatastrophe. Es ist im Prinzip derselbe Prozess, der auf der Erde für Ebbe und Flut sorgt. Aber zum Glück für uns zieht der Mond nicht stark genug an der Erde, um sie auseinanderzureißen. In der Fachwelt ist von einem sogenannten Tidal Disruption Event TDI die Rede. Gemeint ist damit eine Helligkeitsveränderung, die entsteht, wenn ein Stern einem supermassereichen schwarzen Loch zu nahe kommt und dann zerrissen wird. Die Gezeitenkräfte sorgen dafür, dass das Objekt zunächst in die Länge gezogen wird und das Gas teils weggeschleudert wird. Die Materie sammelt sich dann in der Aggressionsscheibe, die um das schwarze Loch kreist. Nach und nach wird sie von diesem verschlungen, wobei sich der Sternenrest erhitzt. Das Abstrahlen war dann bis zur Erde sichtbar. Und genau solch eine Helligkeitsveränderung hatten Astronomin bereits im April vor zwei Jahren 2019 bemerkt. Ein Hinweis auf ein Tidal Disruption Event. Also bereits ein halbes Jahr vor dem Neutrinotreffer am Südpol. Ein wirklich spektakuläres Ereignis, also das sich da im Sternbild Delfin zugetragen hat. Und so haben die Fachleute mit zahlreichen verschiedenen Instrumenten dieses Ereignis genauer analysiert. Dazu Robert Stein von DESY. Es ist das erste Neutrino von einer Gezeitenkatastrophe und es liefert uns wertvolle Hinweise. Gezeitenkatastrophen sind bislang wenig verstanden. Der Neutrino-Fund weist auf die Existenz einer zentralen, mächtigen Maschinerie nahe der Aggressionsscheibe die schnelle Teilchen ausspuckt. Und die kombinierte Analyse der Daten der radio-, optischen und ultraviolett-Teleskope belegt zusätzlich, dass Gezeitenkatastrophen als gigantische Teilchenbeschleuniger funktionieren können. Fachleute aus den USA haben dazu ein Modell entwickelt, über das sie ebenfalls in einer aktuellen Studie berichten. Demnach spuckt der kosmische Beschleuniger verschiedene Arten von Teilchen aus und die meisten von ihnen sind elektrisch geladen. Diese werden daher auf ihrer Reise durch das All von intergalaktischen Magnetfeldern abgelenkt. Die Neutrinos aber sind elektrisch neutral und reisen, genauso wie Photonen, also Licht, auf einer geraden Linie durchs All. Da sie sich so rückverfolgen lassen, sind sie für Forschungsteams besonders interessant. Und in der Zukunft erwarten die Fachleute noch viele weitere Erkenntnisse in diesem Zusammenhang. Dazu der US-Forscher Francis Helsen. Wir sehen hier vielleicht erst die Spitze des Eisbergs. Künftig erwarten wir viele weitere solcher Verbindungen zwischen energiereichen Neutrinos und ihren Quellen. Es wird gerade eine neue Generation von Teleskopen gebaut, die eine höhere Empfindlichkeit für Gezeitenkatastrophen und andere vermutliche Neutrinoquellen bieten. Noch wichtiger ist der geplante Ausbau des IceCube-Neutrino-Detektors, wodurch sich die Zahl der beobachteten kosmischen Neutrinos mindestens verzehnfachen dürfte. Doch das ist nicht die einzige Entdeckung des IceCube-Observatoriums in diesen Tagen. Denn die Auswertung von Daten aus dem Archiv mithilfe eines lernfähigen Algorithmus, also künstliche Intelligenz, offenbart einen weiteren spektakulären Fang, der bereits vor fünf Jahren im Dezember 2016 erfolgte. Denn damals war wohl erstmals ein kosmisches Anti-Neutrino eingefangen worden. Dieses stammt aus einer fremden Galaxie und raste dann mit Lichtgeschwindigkeit durch das antarktische Eis. Dabei kollidierte es mit einem Elektron und so kam es zu der Entstehung von mehreren sekundären Teilchen und Photonen. Diese wurden von den Fotodetektoren des Observatoriums eingefangen. Doch erst jetzt, mithilfe des lernfähigen Algorithmus, wurde den Fachleuten die besondere Bedeutung bewusst. Denn dieses Ereignis kann möglicherweise eine Theorie aus der Physik beweisen, die bereits 60 Jahre alt ist, aber bislang eben noch nie experimentell bewiesen werden konnte. Die Rede ist von der Vorhersage des Physikers Sheldon Lasho, der sich auf ein im Jahr 1960 noch unentdecktes Elementarteilchen bezieht, das sogenannte Weboson. Es handelt sich um ein Vermittlerteilchen der schwachen Kernkraft, das entsteht, wenn schnelle und energiereiche Anti-Neutrinos mit Elektronen interagieren. 25 Jahre später, also 1985, gelang dann tatsächlich der Nachweis. Doch der damals entdeckte Entstehungsmechanismus des Webosons war ein anderer. Die sogenannte Glashow-Resonanz, also der Weg, wie sich laut Sheldon Glashow ein solches Weboson bildet, blieb unbewiesen. Denn das ist auf der Erde quasi unmöglich, da eine enorme Energie von 6,3 Petaelektronenvolt, das sind 6300 Teraelektronenvolt, aufgewiesen werden muss. Zum Vergleich, der Large Hadron Collider LHC, der stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt, schafft es nur auf etwa ein Fünfhundertste davon. Kein Experiment auf dieser Erde schafft es also, diese Theorie zu beweisen. Doch kam es jetzt etwa bei der Kollision des Anti-Neutrinos mit einem Elektron im Südpoleis zur Glashow-Resonanz? Tatsächlich offenbaren die Analysen, dass das Ereignis vom 6. Dezember mehr als 6 Petaelektronenvolt freisetzte. Die Form und zeitliche Verteilung der Licht- und Teilchenspur weist zudem darauf hin, dass es sich nicht um ein Neutrino, sondern um ein Anti-Neutrino gehandelt haben muss. Also der Anti-Materie-Gegenpart des Neutrinos. Und alleine das ist für die Fachwelt eine Sensation, denn bislang weiß man zu den Anti-Neutrinos kaum etwas. Wo und wie entstehen diese? Etwa in schwarzen Löchern oder Quasaren? Dazu der IceCube-Wissenschaftler Lulu. Frühere Messungen konnten den Unterschied zwischen Neutrinos und Anti-Neutrinos nicht auflösen. Dieses Ergebnis ist die erste direkte Messung eines Anti-Neutrinos aus dem astrophysikalischen Neutrino-Einstrom. Zudem gibt es tatsächlich auch einen Hinweis auf die Glashow-Resonanz. Das Muster der Photonen, die bei der Passage des Anti-Neutrinos erzeugt wurden. Hat das Anti-Neutrino also eine Glashow-Resonanz verursacht? Dem Forschungsteam zufolge könnte bei der Kollision mit einem Elektron zunächst ein W-Boson entstanden sein, das dann in sekundäre Teilchen zerfallen ist. Wenn das tatsächlich so sein sollte, würde es sich um den ersten experimentellen Nachweis einer Glashow-Resonanz handeln. Dazu US-Forscher Francis Helson. Als Glashow damals am Niels Bohr-Institut seine Theorie aufstellte, hätte es sich sicher nicht träumen lassen, dass sein unkonventioneller Weg zur W-Boson-Produktion einmal von einem Anti-Neutrino aus einer Ferngalaxie umgesetzt werden würde. Doch zunächst steht noch ein weiterer Nachweis an, der gelingen muss, um die Glashow-Resonanz zweifelsfrei zu beweisen. Doch hier sind die Fachleute optimistisch, auch im Hinblick auf die Erweiterung des Icecube-Detektors. Unter anderem sollen 750 weitere Fotodetektoren im Südpol-Eis eingelassen werden. Auch der Detektor soll langfristig ausgeweitet werden auf das Zehnfache seines heutigen Volumens. Es bleibt also spannend im Icecube in der Antarktis, aber auch im Weltraum. Exklusiv hier auf Clixoom könnt ihr zusammentreffen mit ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, der Astronautin-Kandidatin Insa Thiele Eich, dem Europaabgeordneten Niklas Ninas von den Grünen und mir. Unser Thema, das Space Race 2.0, das neue Wettrennen in den Weltraum und wie Europa nicht den Anschluss verliert. Anmelden könnt ihr euch hier also anklicken und dann dabei sein und das Ganze gibt es dann live hier auf Clixoom am 18. März um 19 Uhr. Ich freue mich auf euch und eine rege Teilnahme. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Bis dann, bleibt dran!